Hallo Leute, ja wir hatten eine lange Folge, ich habe da wieder zwei Teile raus gemacht, das ist der zweite Teil mit der Nummer 75 und wir werden weiter schauen, wie wir hier diese Produktion da weiter ans Laufen kriegen. Schauts Logo und dann gehen wir wieder rein. Ausgangsverbinder. Wieder geht von da aus. Aha, das erste kommt. Und das passt zum Glück auch noch. Hier müssen wir nochmal... Ah, ich habe es falsch herum gebaut, naja, ist egal, nicht schlimm. Können wir umdrehen, ne? Hat er gedreht? Ich glaube schon, ne? So, da kommt jetzt die Kohle rein und dann müssen wir jetzt hier die Kohle noch rausbringen. Sand ist jetzt voll da und das ist Kohle, aber keine Kohle drin, ne? Förderbänder. Eingangsverbinder. Wäre jetzt so zu bauen, aber den kann ich nie bauen, weil kein Häuschen da ist. Äh, Station, ne? Hier. Lagerhäuser. Und der soll Glarscheiben haben. Und dann hier... Eingangsverbinder. Passt. Hier, die kommen ja schon, die Glarscheiben. Das ist ja geil. So, jetzt muss man uns noch die Glarscheiben wegbringen. Und hier hat es wieder nicht geklappt, ne? Warum nicht? Dieses Signal muss weg, oder was? Der hätte doch da gar nicht reinfahren dürfen, oder? Vielleicht ist es so besser, weiß ich nicht. Na, der kommt jetzt da rein und fährt das da rein. So, jetzt müssen wir nur das Glas wegbringen. So, wo war Glas? Hier. 118 Tage schließt es. Logistik. Gefräß Ost. Wo bringen wir es hin? Gute Frage, ne? Schon von da nach da zu bringen. Hier hin, oder? Nach Holbach halt. Das heißt, wir müssen den nächsten Zug haben. Wieder so ein Zug. Und diesmal Glarscheiben da drauf. Larschreiben, da ist es. Was kostet der? 423.000 hätten wir gerade. So, das heißt, der Zug fährt jetzt. Von da. Laden. Nach, da haben wir gesagt, entladen eigentlich. Alternative wäre hier, ne? Aber da ist schon so voll. Dann doch besser hier hin. Entladen. Speichern als. Klarscheiben zur Hörbach halt. Fahr. Gut. 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 So, jetzt müssen wir hier noch gucken, welche Logistik ist das. Okay, der ist auch nach hier hin verbunden. Das heißt, wir bauen da noch ein Lagerhaus. Ah, kein Geld. Jetzt kostet mir Spaß. 94.000, na, das kann ja nicht lange dauern, oder? Ach so, das muss knapp daneben sein. Aber da ist kein Bereich, der da. Da ist aber der Bereich da. Das heißt, das würde funktionieren. Kurz ein bisschen die Straße vielleicht verlängern. Gut. Dann hier bitte Glasscheiben anliefern. Und dann brauchen wir noch einen Lkw, der Glasscheiben liefern kann. Und wir haben unser Depot da. Was kann der? Sand. Der kann auf jeden Fall keine Glasscheiben. Alle verkaufen. Ja, komm, zack, weg. Kaufen. Das sind hier Glasscheiben, ne? Ja. Nicht genug Geld. Jetzt aber. Halt hinzufügen. Wo war das jetzt? Hier irgendwo. Räubach. Laden. Wo den sein halt, war da, ne? Hinzufügen. Entladen. Speichern. Route 70. Passt schon. Starten. So, haben wir das, ne? Oh, lange Folge schon wieder. Machen wir erst einen Cut hier. Wollen hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist hier schon ein neues Glas? Nein. Ist denn der Zug mit dem Glas schon irgendwo hingefahren? Ah, ich sehe schon wieder, hier ist das nächste Chaos. Warum fährt der da rein? Weil hier wahrscheinlich auch noch ein falsches Signal steht, ne? Schmeißen wir das Signal gerade weg, dann fährt der weiter. Und der da? Ist da auch noch ein Vorsignal hin? Das muss hier einfach zweispurig werden, ne? Die stehen auch alle hier. Komm. 100.000, reicht das? Es wird schwierig mit der Straße hier, ne? Kennen wir ja schon. Ah, da geht es am Grundstück nicht vorbei. Du glaubst es nicht, oder? Warum geht das jetzt wieder nicht? So, die gleiche Brücke wie die andere, oder? Möchte die Brücke bauen, bitte. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Oh, Mann, ey. Mach das auch weg. So, nochmal ne Brücke bauen. Passt doch wieder nicht. Mann, 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 ey. Wieso geht das nicht? Ach, wegen der Schräge da wahrscheinlich. Wegen dieser Schräge hier geht das wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es trotzdem noch irgendwie gebaut. Ein bisschen näher hier rüber. Kann nicht wahr sein, oder? Ist ein bisschen zu tricky, das Spiel, ne? Das heißt, wir gehen hier zum Baum. Machen hier was höher. Sieht das schon mal schick aus, oder? So, und jetzt probieren wir nochmal ne Brücke zu bauen. Jetzt muss das doch gehen, oder? Machen wir ne Brücke. Das kann nicht sein, oder? Mann. Macht keinen Spaß, sowas, ne? Tausendmal schon abgerissen, den ganzen Shit. Gut, mach's nochmal höher. Naja, den kann man gleich wegreißen. So, jetzt sieht's erstmal gut aus. Nein. Brücke. Nochmal Brücke. Brücke. Das ist so kurz. Was ist das jetzt wieder? Ach, dazwischen fehlt's. Wieso macht er das jetzt, bitteschön, nicht? Und will er kein Geld haben? Super. Ah. Erdarbeiten sind wohl schweineteuer, ne? Ja, Folge cutte ich, mach ich zwei raus, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Hat ja wieder gut geklappt. Mal schneller laufen lassen, vielleicht kommt ja mal irgendwann Geld rein, ne? Brücke bitte. Einfach nur eine Brücke. Und wieso kriegt er... Ah, jetzt hat er es endlich geschafft. Meine Güte. Ne, nochmal. Jetzt kriegt er das nicht hin, ne? Das kann doch nie wahr sein, oder? Wie kriege ich das jetzt hier gebaut? Muss ich hier sowieso abreißen. Wo will der ein? Findet keinen Weg mehr, doch, müsste er doch jetzt, ja, kann er. So, jetzt hier nochmal. Kann er, jetzt müssen wir hier noch. So sieht es ja erstmal gut aus, oder? Tja, was ist hier gelaufen? Fahr nochmal zurück, bitte. Ach, der ist verunglückt. Oh, Mann. Noch einer. Na, das war ja teuer. Oh, jetzt kommt schon der nächste. Das kann auch nicht gut gehen. Dreh um. Kann er, kann er. So, schnell Signale dahin, damit da nicht noch einer wieder reinfährt, ey. Kann es ja wohl nicht sein, oder? Das kann eigentlich weg, oder? Lass es erstmal. Warum fährt der jetzt hier nicht? Aber jetzt ist er doch weg. So, jetzt mal gerade die Ansicht so ändern, dass ich hier wieder was sehe. Hier ist auf jeden Fall Glas drinne. Er fährt auch rein, das ist schon mal gut. Machen wir schneller. Wer fährt als nächstes? Der. Der kommt mit Holz. Von der anderen Seite kommt jetzt gerade keiner, oder wie sehe ich das? Wir können aber gucken, ob hier unten Glas angekommen ist, ne? Wo war's? Hier. Noch nichts. Ist hier Glas? Nein, auch noch nichts. Ja, wo ist bestimmt ein Knoten. Ah, hier fährt wer. Hier ist niemand. Der fährt Kohle. Ach ja, der kann nicht fahren, weil er ist verunglückt, ne? Wahrscheinlich. Die habe ich noch nicht. Ich mache mal schneller, damit das Geld kommt. Zug ist gekauft. Halt hinzufügen. Den laden. Halt hinzufügen. Den entladen. Speichern. Starten. Ich hoffe, das verirrt war schon weg, weil... Okay, ich glaube, der fährt jetzt aber tatsächlich mit Scheiben dahin. Wo ist der Halt? Hier. Da muss er irgendwann gleich ankommen. Da kommt der Lieferwagen. Und jetzt kommen die ersten Scheiben hier an. Da kommt der Lieferwagen. Hat gepackt. Und wo ist jetzt unsere Scheibenfabrik? Wahrscheinlich gerade pleite gegangen, ne? Das hat ja richtig gut geklappt, oder? Oh Mann. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge weitermachen, ne? Das sind jetzt hier... Ja, zwei Folgen sind es auf jeden Fall, ne? Gut, wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit bis zum nächsten Video auch leider gerne auf einen Kommentar, schreiben und gerne wie ihr das auf anderen Kanälen teilt. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Vielen Dank.